RBS ist eine Tochterfirma zu der Strabag. Wir fahren schon 30 Jahre und die Erfahrung kann uns keiner mehr wegnehmen. Das, was wir fahren, greift keiner so schnell an. Die Bohrlänge ist 450 Meter. Eingekommandort 400er PE Rohr. Höhenunterschied ca. 100 Meter. Die Pilotbohrung ist in dem Fall sehr anspruchsvoll, weil wir immer bergauf bohren. Allein das Material rauf zu transportieren und die Baustelle einzurichten, dauert so drei bis vier Tage. Es gibt nicht speziell einen, der nur das macht. Das muss jeder alles irgendwie können. Es bohren viel da draußen, aber die Qualität liefert nur die RBS. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das kann man ja reseline! �